Also los geht's! Also wir wollen eine Psychiatrie für die subjektive Seite der Schizophrenie. Der Fixierung auf Reparierung, eine Krücke für die Lücken in Society, for you, Herr Professor and me. Out-School-Diagnose für meine Psychose, gefundenes Fressen für meine Depression, nenn' mich Borderliner, in meinem Lifeskill-Badminer. Was wiegt hier so ranzig, das ist meine F20, ich fühl mich so sehr atralien, hier im wunderschönen Wien, Berlin. Schwierig! Was ist denn dein Bedarf? Äh, die HZK macht mich immer so brav. Deiner? Ich nehm' Heil-Dol, damit fühl ich mich wohl. Damn! Zwang drauf geschissen, wir sind so verbissen. Nerv-Inspirenzen oder neue Sentenzen, zu zweit in der Schicht, doch das kümmert euch nicht. Isolieren, fixieren, skalieren, titrieren, uns fehlt die Zeit für Empathie. Wollt ihr Pflegeroboter in der Psychiatrie? Oftmals hilflos, ohnmächtig, wir sind so geschäftig, wir wollen euch heilen, Tabletten verteilen. Um alles zu schaffen, müssen wir uns zerteilen, entlangten die Kassen und vor uns die Massen. Ausgespuckt von einer Welt, in der Menschlichkeit nicht so viel zählt. Wie die Anhäufung von Geld und Erfolge der Pharmaindustrie, natürlich selbstverständlich. Das hört sich aber noch nicht an der Fortschritt an. Dabei könnten Freunde sein, denn krank sind wir nicht allein. Wir wollen eine Psychiatrie, die sich selber abschafft. Dann könnt ihr draußen erleben, was wir von uns geben. Eure Angst, die wir speilen, euren Schmerz, den wir schreien. Hier habt ihr ihn wieder, macht euch eigene Lieder. Nehmt zurück eure Zwänge, euren Druck, den wir spüren. Wir sprengen die Türen und aus unseren Fenstern fliegen eure Gespenster. Wir öffnen unsere Psychiatrie für eine neue Galaxie. Wo es Zeit gibt und Sonne. Diagnosen in die Tonne. Wo du mir die Hand reißt und ich dir die andere. In sinnvollem Ton und Miteinander. Was haben wir zu verlieren? Nur ein paar Ketten. Und Fixierungsmenschäden. Wo wir für uns einstehen und zeitig nach Hause gehen. Das ist reine Utopie. Wo gibt es so eine Psychiatrie. Möchtest du noch eine heiße Milch machen? Ja, danke. Ich beffe ich bin. Wuhu! 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 Wuhu!